Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein sümpftiges Grüß, kommt aus Friedrichshofen. Heute sind wir auf der Hochzeit von Anja und Manuel und ja, hier ist schon was geboten. Ein Hörnchenstück im Hintergrund und nachher geht's auch richtig. Und ja, soweit alles Gute und ja, lasst uns sümpftig weitermachen. Ja, super. Annika hat es wieder mal erkannt, der schönste Platz ist immer an der Theke. Boah, schmack auf was. Hallo, liebes Brautpaar, alles Gute von mir zu Friedrichshafen. Alles top of the pop. Feiert sie. Somit ist das Vorspeisenbuffet jetzt eröffnet zum Ablauf ganz kurz. Und ich denke, so, ich bringe jetzt noch einen ganz tollen Ballkauf, so einen richtig bunten, der auf den Völkopf fallen. Und noch einmal ein bisschen klar. Und noch einmal ein bisschen klar. Autoschlüssel! Autoschlüssel! Aktiv bei uns im Berg. Und der Manuel lässt sich auch immer gegangen. Ja, aber geniesse es. Dann hast du immer einen Windstag auch einen Freier haben. Kein Endesicht. 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 und ich lege den Mund und dann geht's real hot und ich schrebe die Tarn über die Lange, Was ist denn ich? Und ich sage, Hey, hey, hey... Hey, hey... Und ich sage, Hey, Was ist denn ich? Und ich sage, Hey, hey... Hey, 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 hey I said hey What's going on? Weagen zusammen, aber come on And I said hey, 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 hey I said hey What's going on? Low talk And I said hey, 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 hey Yeah, 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 yeah. It said, hey. What's going on? Take time to get time. Tell me that it's all mine. Learn from each other's noise. Lookin' to see how much we're wrong. You're the only one who could ever reach me. One sign of a breach of man. The only one who could ever teach me. One sign of a breach of man. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020